Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo und zwar wollte ich mich einfach entschuldigen für die paar Tage wo kein Video gekommen sind, weil wir sehr wahrscheinlich mit Server Highscore aufhören werden, weil es glaube so oder so keinen Zweck mehr gibt und ich habe auch schon ein neues Projekt in Planung. Ob es funktionieren wird, weiß ich nicht, aber da sage ich bei irgendwo anders noch mehr, jedenfalls wollte ich einfach sagen, dass es mir leid tut, wenn mal keine Videos kommen, die Tage wo ein Tutorial kommt, da sollte ein Video kommen und halt die Zwischentage wie Montag, Mittwoch und Freitag glaube ich, sollten dann sehr wahrscheinlich keine Videos kommen oder ich ersetze. Einfach mit einem anderen Video. Danke für eure Verständnis und ich wollte einfach auch noch sagen, Dankeschön, dass ihr meinen Kanal so gut unterstützt. Ich habe jetzt auch schon mittlerweile 37 Abonnenten. Dankeschön an alle, die mich schon abonniert habt und bleibt einfach weiterhin dabei und ja, das war es eigentlich, was ich sagen wollte. Dann sehen wir uns in einem nächsten Video. Macht's gut. Ciao.